Das ist ein Duell, der sich für sich entschieden hat. Und bevor wir wieder in den ganz normalen gemütlichen Modus der Pantik selbst rübergehen, wenn wir heute mit der Vita rum ein bisschen ein Thema haben und das morgen richtig groß aufziehen. Der Patrick zieht sich sicherheitshalber nochmal die Weste aus. Jawohl, netter Sinn, wir sagen. Aber wir wollen noch einmal sehen, was jeder da drauf hat. Manneslawik auf der Rathausseite und Patrick Kaga auf der Publikumsseite. Riders ready? In drei. Ja, das ist ja. 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 Vorderrad an Vorderradrennen war das. Und hätte die Lena nach der letzten Kurve jetzt nicht nachgelassen, wäre sie wahrscheinlich vorne gewesen. Das ist ja. Das ist ja. Aber so. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja.